Hallo? Hallo? Ich bin die Helfen-Elfe. Ich seh grad dein Innerstes. Ah, was ist denn mit dir? Tschüss. Karte wird geladen. Alles klar. Ah, verfluchtes Wohnhaus. 30. Oktober, 3 Uhr morgens. Da ist er. Jetzt schau ich mal. Ich muss wahrscheinlich... Ich hab jetzt mein Chat-Chat an. Du hast mich extra. Uiuiui, warte. Ich mach hier mal im Discord aus. Mach ich euch jetzt auch. So. Huch. So. Ach so. Können Sie mich hören? Ah, da ist er. Ja. Können Sie mich auch hören? Ja. Ach, sogar mit räumlicher... Sehr schön. Also wenn du weiter weg bist, hör ich dich. Wir heißen Aya und Empty. Was? Du heißt Aya. Bei mir steht Empty. Bei dir steht Begri. Wie heiß ich? E-E-E-G-R-I-E. Okay. Bei mir steht, wenn ich spreche Empty und bei dir steht I mit dem R hin dran. Also hast du Aya. Die habe ich dir. Das stimmt allerdings. Anomalien. Kann ich auch nicht. Anomalien sind einfach. Das finde ich nicht gut. Things like... Things like Missing... Missing was? Oh, extraobjektivs living. Anomalien. Habitans 1. Siehst du das jetzt auch? Ich hab da drauf gedrückt. Ich schwöre was. Okay. Ich glaube, du musst das vielleicht nochmal hören. Ich muss das nochmal hören. Kann ich das nochmal hören? Ja, mach. Nein, das ist weg. Ich hab nur mitgekriegt, Anomalien mit der Kamera aufnehmen. Warum ist das hier auf einmal so dröhnig? Das ist wirklich weg. Ja, das ist voll hell, ne? Das dröhnt gerade so. Oh Gott. Was ist das denn? Dreh dich doch mal richtig rum und nicht so schnell. Anomalien sind einfach... So wie... viele Objekte oder extraobjekte. lebende Bewohner und Sounds sind nicht Anomalien. Okay, also fehlende Objekte oder extraobjekte. Ach, guck mal, wenn ich da drauf drücke, ist das ja nochmal auf Deutsch. Lebende Bewohner und Geräusche sind keine Anomalien. Ich hab's richtig übersetzt. Lebende Bewohner und Geräusche sind keine Anomalien. Wie krieg ich das wieder weg? Komme ich da wieder raus? Oh, ist da der Dröhnenmodus in den Ohren hier. Wie komme ich hier wieder weg? Mit Escape. Escape, Escape. Musste ich gerade mehrmals drücken. Okay. Es ist so dunkel. Ja. Gehst du vor? Unser war es im Mond schon heller. Ich geh vor. Es gibt Monster, wir können rennen, gell? Oh nein. Gut, das ist wohl das Grund, du bist hier erstmal, va? Erstmal so wie es in der Phase ist. Zum Einprägen? Genau. Oh Gott, man kann die Türen aufmachen. Hä? Sind wir nicht woanders hergekommen gerade? Schon. Wir sind doch von... Ja. Sehen die alle gleich aus? Fehlt auch eine Tür. Ah. Hier wird es nochmal gesagt. Ah. Bei dem Tonband. Kannst du nochmal anhören. Hören Sie gut zu. Sie sitzen in einer verfluchten Wohnung fest und sie ist voller Anomalien. Wenn Sie raus wollen, erfassen Sie Anomalien mit Ihrer Kamera und begeben Sie sich zum Aufzug. Wenn Sie eine Anomalie übersehen, wird der Aufzug ausfallen und Sie zurück in die oberste Etage bringen. Seien Sie sich bewusst, dass dort Monster lauern können. Viel Glück. Okay. Also. Anomalien mit Kamera festhalten und zum Aufzug. Wenn wir das falsch machen, müssen wir von vorne anfangen. Alles klar. Ja, das ist der Standard. Wir haben hier einen Post da. Immer wenn ich auf die Kamera drücke, zählt der Counter weiter. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwann aufhört. Tatsächlich. Oh. Wieder. Ein Bleimer. Äh, Mülltypen. Was war das? Was? Dieses, dass irgendwas umgefallen irgendwo. Was war das? Das ist der Fahrstuhl. Press up when you found a number. Alles klar. So, hier müssen wir rein und dann den Knopf nach oben drücken, wenn wir Atomalien gefunden haben. Ich hätte gern mal, äh, einen Lichtschalter. Das ist ja übelst dunkel hier. Da kann ich doch nur mit Kamera reinlatschen. Was war das? Willkommen. Okay, die gehen nicht auf. Bist du noch da? Hallo? Bist du? Oh, bist du? Ich hab dich verloren. Ich seh dich nicht. Ich hör dich nicht. Ich seh dich nicht. Aufgehen. Ja, das hab ich mal schon probiert. Jetzt ist er schon wieder weg. Hallo? Hallo? Ja? Du hast mich alleine gelassen. Nee, du bist da weggelaufen. Okay, ich hab mir alles angeguckt. Wir können fahren. Ich auch, komm. Wir wagen's jetzt. Mich irritiert das. Ich hab grad nochmal drüber nachgedacht. Bewohner gehören nicht zu Anomalien. Was für Bewohner? Monster. Okay, wir arbeiten uns jetzt also von 8 zu 0, ja? Oh mein Gott. Ich bin er mal. Tschüss. Wie soll ich denn? Das war hier vorher nicht. Nein. Boah, alter Verwalter. Meine Ohren. Meine Ohren sind abgefallen. Ah, ist so. Oh, guck. Ich hatte irgendwie eine Anomalie gefunden. Oh, musst du bitten. Achso. Entschuldigung. So, jetzt. Jetzt bist du Aolf. Aolf? Aolf. A-O-L-F. Aolf. Und du bist Dalby. Dalby. Also, äh, dieses Monster. Ja. Dieses Monster ist echt doof. Äh, warte mal. Ich muss mal einmal gucken, ob ich dich lauter machen kann. Weil das Vieh hat mir die Ohren weggeschöppert. Ja, ne? Guck mal. Ach, Schett, Volk. Mach ich jetzt auch mal auf. Hier. Also, wenn du jetzt laut wirst, dann... Ich übernehme, ja. Wenn du jetzt laut wirst, ja, dann... Ich hab dich jetzt lauter gesteckt, glaub ich, aber... Ja. Hallo, Ego. Ja, ein bisschen. Naja, es geht ja jetzt bin ich auch näher dran am Mikrofon. Ist ja doof. Okay, man muss das Gesamtvolume höher stellen und dafür den anderen Kram. Ein Stückchen. Und hör. Ich bin gespannt, ob mir wieder die Ohren weggenommen. Backgroundmusik. Effekt. Umgebung. Gut. Das war ich jetzt alles ein bisschen leiser gemacht. Ja. Jetzt höre ich dich auf im Verlauter. Okay. Auf in den Fahrstuhl. Auf in den Fahrstuhl, warte. Also, eine Anomalie habe ich gefunden, Abstand doch. Ja, bei mir auch. Ist nur die Frage, wer von uns das gefunden hat, ne? Trink mir mal schnell einen Schluck Kaffee. Ich weiß nicht, dieses Monster... Hm. Keine Ahnung, was ich von dem Monster halten soll. Das ist ja doof. Ich hatte so Leitern gefunden, die in einer anderen Etage nicht da waren. Ja, das kann natürlich sein. Äh, gut, okay, ich hab schon. Ich glaube, dass du die Plakate hier, die jetzt auf dem Boden liegen, oder? Sollen wir einfach mal, sind ja am Anfang, einfach mal testen? Doch, ist ne Kamera. Und die Dinger hier auch. Dann wobeobachtet. Wollen wir einfach mal fahren? Ja, würde ich sagen, wir wollen hier fahren. Einfach mal nur zum Testen, ob das so jetzt schon reicht, oder ob wir irgendwie mehrere finden müssen. Das ist vielleicht die Frage, ne? Mal gucken. Mal gucken. Muselig, dunkelig. Guck mal. Die 6, das hat gestimmt, gucke. Ich höre da irgendwas. Oh, das Monster wieder. Klingt wie ne kaputte Gasleitung. Ah, ja, das Monster ist wieder da. Das Monster ist wieder da. Dann lass es erst mal vorbei. Ich glaube, wieso drückst du? Wieso hast du gedrückt? Vielleicht war es richtig. Ich weiß es nicht. Nein, die Bewohner. Ich wollte nicht, dass das Monster hier reinkommt. Aber die Bewohner sind keine Anomalie, haben wir doch gelesen. Siehst du, jetzt sind wir wieder unten. Das kommt hier nicht rein. Also kam zumindestens vorhin nicht. Ja, jetzt sind wir wieder beachtet. Jetzt können wir doch einfach. Kann ich ohne dich fahren? Ich kann ohne dich fahren. Was? Nein! Oh, oh. Was ist denn? Ich bin weg. Ich bin gefahren. Achso, hallo. Ich bin nicht ohne dich gefahren. Es ist rot. Können wir fahren? Es ist rot. Ich möchte Anomalie übersehen. Face Anomalie. Was? Genau. Wie? Hier neben dem Schalter. Wenn du da mal mit der Kamera draufhältst, siehst du hoch, wenn du Anomalie gefunden hast, runter, wenn du keine gefunden hast. Okay. Also ist jetzt auch hier eine. Gut, also hier eine. Das war auch Standard, ja. Theoretisch kann man einmal im Kreis laufen mit Filmen. Das ist doch hier neu, oder? Mit diesen Mülltonnen. Nee, waren davor keine Mülltonnen. Doch. Ja? Wahnsinn. Definitiv. Okay. Hä? Hm? Hast du das? Kommt was. Ich kann nicht mehr verhindern, ich kann nicht mehr ran. Warte. Warte, wir testen. Kann ich jetzt mal rein oder nicht? Ich glaube nicht. Schubst du mich gerade? Hab ich nicht geschubst. Entschuldigung. Jetzt schieben sie mich nach vorne raus. Wo ist er denn? Ich kann aber sehen mich. Ist vorbei. Was sagt der Timmy? Ich hab bestimmt Timmy. Ah, da ist er. Der steckt in dem Sack. Mit dem Gesicht. Doch, der kommt hier rein. Kann ich ohne dich laufen? Oh Gott. Kannst du mich wieder? Weiß ich nicht. Ich muss, oh Gott, hier ist eine Sackgasse. Ah! Wir sind tot. Ba, ba, ba. Drei von 32 Anomalien gefunden. Ja, wir zeigen in dieser Folge einfach alle Anomalien, aber nicht, wie das Ende ist. Hier steht ein Backofen. Da steht ein Backofen. Hallo? Was war das? Was? Was? Oh. Ich glaube, wir sollten zusammenbleiben. Hier ist eine lila Tür. Die Tür war vorher nicht lila. War das nicht auf der anderen Seite? Da gab's gerade ein Geräusch. Ja, wir sind doch mal am Anfang, da ist man nicht. Oh, jetzt bin ich einmal rum. Ich finde diesen Backofenherd hier irgendwie mysteriös. Das. Da war vorher kein Backofen, oder? Ach, es generiert immer neu. Zuerst war das nämlich ein Kühlschrank. Ein blutiger Kühlschrank war hier. Stimmt. Wollen wir einfach eine Etage nach oben fahren? Wir fahren jetzt einfach mal. Dann gucken wir mal. Ja. Und wir sind nicht im Fahrstuhl safe, also rennen wir raus. Ja, genau. Beste, was wir machen können, ja. Ich habe irgendwie so ein bisschen Zweifel, dass wir jemals in die letzte Etage kommen. Hier, tropft. Oh, nee, das. Hm? Hier ist, oh, 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 Kind. Oh Gott, nee, so ein Ringkind. Okay, hier ist der Backofen. Ist das wirklich tatsächlich anders? Ach, du hörst mich hier nicht. Lernen Sie erst an. Äh, lasst direkt reingehen ins, ins, äh. Okay, ich weiß nicht, wo der Fahrstuhl ist. Einmal rum. Schau, ich sage nichts. Hä? Ach, da. Wo bist du? Ich komme. Na da, wo bist du? Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Du hast die Ehre, du darfst den Knopf nach oben drücken. Nach oben, okay. Gut, dass du das sagst. Ja. Also der Fernseher war da und plötzlich an und hat gerauscht. Was wird die Anomalie gewesen sein? Denke ich. Was? Werden wir jetzt sehen. Nummer 6 war richtig. So, das hat gestimmt. Oh nein, ich wische klar aus. Der Fernseher ist aus. Was ist das für eine Musik? Oh Gott. Der hat es geklopft. Töne sind keine Anomalie. Ach, das stimmt. Töne und Bewohner. Ist der Fernseher? Ah, ah, ah. Ah, schnell, 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 schnell. Ah, es hat mich. Ich fahre ohne dich. Ah, nee, du bist noch da. Oh mein Gott, nein, komm her. Ja, nee, fahr, fahr, fahr. Ah, ah, ah. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert so. Ich bin wieder bei 8. Und hier steht ein Kinn vor der Tür. Oh mein Gott. Ihr wollt mich doch verarschen. Warum rennst du nicht? Warum rennst du nicht? Und jetzt bist du erst gestorben? Ich fahre jetzt wieder. Ich glaube, da war was. Aber ich bin mir nicht sicher. Du mich hören kannst? Im Tode. Ich kann ohne dich weitermachen. Ich hoffe, du kannst gucken. Aber ich will gar nicht alleine sein. Da steht was an der Decke. War das vorher auch schon da? Ah, es ist so dunkel. Was war das? Warst du das? Ich kann nicht hören. Ach was. Wie? Nein. Okay, dann hast du jetzt nicht geflüstert. Aber Töne sind keine Anomalie. Ich denke, ich habe keine gesehen. Ich fahre jetzt wieder runter. Vielleicht bin ich... Oh nein. Feueralarm. Ich bin echt nicht gut in sowas. Komme ich jetzt wieder bei dir aus? Da bin ich jetzt ganz unten. Na toll. Ich will nicht alleine sein. Das ist mir viel zu unheimlich hier. Was ist das da? Was war das? Das war eine Anomalie für mich. Ich gehe wieder. Oh mein Gott, lass mich da. Geh weg. Kannst du mich denn jetzt eigentlich hören? Wahrscheinlich nicht, ne? Was ist denn mit dir? Okay, du bist danach weg. Oh, ich will das nicht alleine spielen. Ich sehe doch Sachen nicht. War hier schon immer so ein abgefressener Kaktus. Die war da. Ich glaube, du hörst mich. Ich kann dich hören, aber du hörst mich nicht, weil du bist im Jenseits. Ich versuche ja, zu deiner Etage zu kommen. Alter. Hallo? Wo? Okay, warte mal. Ich höre dich, aber du hörst mich nicht, weil du bist im Jenseits. Jetzt höre ich dich. Jetzt habe ich auch den Discord wieder eingeschaltet. Ich versuche, zu deiner Etage zu kommen. Okay. Ich bin im Jenseits. Aber ich... Ich weiß ja nicht... Oh nein! Ich habe mich natürlich vertan. Es ist richtig ekelhaft. Ich habe Angst alleine. Jetzt ist die Etage rot. Und ich glaube nicht, dass ich hier lange überlebe. Und da flüstert dauernd einer und sagt immer, listen to me. Listen to me. Ja, und erst habe ich gedacht, du wärst das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Ringmädchen schon wieder. Die Alte, die stand schon zwei Mal vorm Fahrstuhl. Ich würde sagen, es ist die Kamera. Da war doch vorher keine Kamera. Ich fahre hier weg. Ich fahre einfach weg. Hier ist rot und das ist alles doof und ich fahre hier weg. Oh, jetzt? Hm? Nee, bei mir ist noch alles nebelig. Also es ändert sich immer, wenn du einen neuen Stockwerk. Ja, ich versuche, du auf die sechste bist, ne? Ja, aber ich sehe meine Leiche, also. Du siehst mich also nicht, was ich tue. Nee. Also bei dir ist auf jeden Fall wieder der Sacktyp unterwegs. Ich sehe Anomalini. Ich versuche andauernd auf die sechste zu kommen, aber ich war kacke mal vorher. Ist jetzt bei der sieben, ja? Ja, schon wieder. Den Sacktyp kann ich hören. Echt? Aber bei dir meinst du nicht, nicht bei mir, oder? Also sehen tue ich ihn nicht. Höre ihn mir. Jetzt gerade nicht mehr. Ach doch, da. War neben dem Fahrstuhl schon immer ne Couch? Bist du nicht auch vom Fahrstuhl gestorben? Ja. Ist da ne Couch? Ja. Da ist ne Couch. Ja. Dann... Oh Gott, nein. Was höre ich hier? Hast du, ne? Nee, ich höre... Ich weiß nicht, ob hier was verkehrt ist. Das kann ich dir leider von hier aus nicht sagen. Weil es bei mir hier nichts geändert hat. Es ist jedenfalls komisch, dass ich hier rumlaufen kann, obwohl da meine Leiche ist. Ich behaupte jetzt einfach mal, hier ist nichts falsch. Missing Door Anomaly. Wollt ihr mich verarschen? Ich muss Türen zählen. Ah! Aber ich... Ich lebe noch. Ich bin schon wieder bei A8. Du kannst dich ja noch um Stundenhandeln, wenn es passt. Alles gut. Ich rate jetzt einfach, mach mal das erste, drücken sie nach oben. Ja, ich hab' gedrückt. Man kann nur begrenzt wenden. Kann nur begrenzt was? Wenden. Naja. Jetzt... Nämlich bei mir wieder. Jetzt hab' ich ne rote... siebte Etage, was bedeutet das? Na, wenn das rot ist, ne, dann ist das doch bestimmt ne Anomalie, oder? Direkt. Meinst du? Da war das... Ah! Die alte Scheide. Hm. Aber Corona... Corona sind keine Anomalie. Oh, hat vorhin hier eine Tür gefehlt? Ich guck' noch mal. Du musst sie wirklich zählen. Also drei ganz hinten. Alter! Ich da... Ey! Gott! Diese... Drei mich runter. Äh, also... Das Spiel würde Peri nicht spielen. Wenn man der erzählt, da ist die alte von The Ring drin, dann sagt die, nein. Bisher kam die... Also... Wieder. Okay, ich geh' jetzt einfach, weil... Der Raum ist rot. Ähm. Jetzt hab' ich verschreckt den Faden verloren. Woher stand sie nur so klein und krüppelig vorm Fahrstuhl einmal und dann war gut und jetzt... Du hörst mich? Du hörst mich? Bin ich etwa da? Ich bin da! Ich seh' dich! Du hängst im Boden. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich möcht' dir helfen! Äh... Kann ich mich bücken? Nee. Doch, ich kann mich bücken. Du bist die Anomalie. Du bist im Boden. Okay, im Spiel hörst du mich nicht, ne? Nee. Ich dich schon nicht. Hör dich in... Hier. Äh, Monster! 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 Ja, 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 hab' ich gesehen. Das war ein ekelhaftes Monster. Ja, so aus wie ich so möchte, ganz Länder. Ja. Aber ich seh' keine Anomalie. Ich stell' mich jetzt einfach mal mit rein. Und dann gucken wir mal zusammen. Wo willst du dich reinstellen? Mit in den Fahrstuhl, wenn du den benutzt. Aber das Monster ist grad hinter dir. Also ich wollte mich bewegen. Oh, scheiße. Hä? Der tut mir nix? Wieso läuft der... Der haut grad ab. Ich glaub', ich glaub', der bewegt sich nur, wenn du ihn an... äh, nicht anguckst. Der ist weg. Was soll ich jetzt tun? Geh' ich jetzt in den Fahrstuhl? Ich glaub' ich keine. Ich komm' mal mit. Also du hängst im Boden, kannst dich aber als Geist bewegen, oder wie? Ja. Okay, irgendwie schon. Also du bist jetzt bei mir drin, irgendwie? Ja, ich bin mit dem Fahrstuhl. Ich sag' jetzt mal nach unten, ja? Ja. Ja, war richtig. Nein. Klamottenanomalie? WTF? Was... Was heißt... Klamottenanomalie? Lagen da irgendwo Klamotten rum? Konntest du jetzt mitfahren? Das Geist hat dich nicht gesehen. Das Geist. Ja, ich bin mitgefahren. Okay. Bin unmittelbar hinter dir. Klamottenanomalie. Die ist ja hässlich. Lila Tür, die war immer lila, ja? Anscheinend, ja. Als ob ich jetzt weiß, ob hier irgendwo ein Karton... Ja, das Monster kommt wieder. Das ist jetzt gerade auf dem Weg zu dir. Ja. Es zieht dich nicht, es kommt ab. Okay, ich hab' das Gefühl, der kommt nicht in diese Ecke. War auf jeden Fall die Achtung. Das ist ein Couch. Da hat jemand geflüstert. Hier. Ich würde sagen, hier ist keine Anomalie, oder? Doch, guck mal. Hier vor der Türe bei der Leiter, da... Great Coffee? Da war keine Kaffeetüte, das hätte ich mir doch gemerkt. Doch. Da war eine Kaffeetüte? Wenn ich da meine, ja. Dann sagen wir jetzt keine Anomalie. Bist du im Fahrstuhl? Ich bin im Fahrstuhl. Okay. Drawing Anomalie. Alter. Nochmal, nochmal. Was war das? Ich guck mich mal um. Okay, da ist die Kaffeetüte tatsächlich. Haben wir nicht sogar einfache Anomalien angegeben? Äh, ich würde dir nicht raten, jetzt um die Ecke zu kommen, ja? Okay, ich hab mich grad erschrocken, weil der Kater von meinem Bett gesprungen ist. Hier nicht weitergehen. Hinten links in der Ecke ist einer. Okay. Da ist dieses Ene, was mich vorhin getötet hat. Hat dich nicht der Sackmann getötet? Nee, das war... Ich bin der Meinung, dass das der heißt, ich hier... Da war das der Sackmann. Ich weiß nicht, das ist nicht der Sandmann, sondern der Sandmann. Ja, grad auch. Das ist ja auch ein hässliches Vieh. Ich seh nix, es dröhnt nur wieder so. Tisch und Stuhl? Ich weiß es nicht. Aber ich muss doch hier jetzt um die Ecke, sonst seh ich doch nix. Ja, ich bin jetzt gerade sicher hier, weil ich ja hier eine Box, Tisch und Stuhl war hier hinten schon immer. Tisch und Stuhl? Ja, ich meine, Tisch hab ich gesehen. Also ich kann durch dich durchlaufen. Okay. Ich bin tatsächlich ein Geist. Ich seh grad dein Innerstes. Äh. Die Augäpfel. Geh aus mir raus. Also ich seh jetzt hier nix. Ich hab jetzt auch nichts gesehen. Ich mein, wir sind eh wieder bei acht, ne? Kommst du mit? Bist du da? Hier ist ich drin, ja. Ich sag jetzt nix, ja? Hm. Bin ich auch der Meinung. War korrekt. Das springt immer so komisch. Also ich bin dein helfender Geist, ja. Erstmal der freundliche Geist. Ich bin die helfende Elfe. Oh Gott. Da rüttet irgendwas an der Tür? Mhm. Mhm. Ich kann mir diese Graffitis nicht merken, ne? Nee. Nicht. Das ist eh gelaufen. Also hier haben wir drei Türen. Das ist wichtig. Hier ist eine Tür. Korrekt. Ich hab eine Anomalie gefunden. Wo denn? Guck mal, neben dem Fahrstuhl das Sofa an. Das Kissen, was oben drauf ist? Da sind zwei Kissen zu viel auf der rechten Seite, ja. Okay. Dann auf in den Fahrstuhl. Bist du drin? Mhm. Auf geht's. Jetzt sind wir wieder da, wo ich gestorben bin. Da bist du. Das ist meine Leiche. So. Die Zeichnung hier müssen wir uns vielleicht auch mal ganz genau anschauen. Und der Vater hat zwei Kinder. Katze. Ist denn jetzt hier, weil du hier auch immer noch liegst, die gleiche Anomalie das Problem? Ich denke nicht. Ich hab mir zumindest nicht gemerkt, was da war. Weiß ich nicht mehr. Ich kann mir doch Sachen nicht merken. Glaubt, dass die Willkommens-Türmatte bei der lilanen Tür ist falsch rum? Also die war immer falsch rum, wenn dann müsste sie richtig rum sein. Ne, sie war schon immer so rum. Ja? Mhm. War ich das lustig, weil ich dachte, ja, das wäre auch mein Humor, dass man nur von innen heraus denkt, Willkommen und der Rest nicht gemeint ist. Ach, das war hier bei dem Grünen, ne? Bei dem Grünen war es richtig rum. Genau. Ja, hinten bei der, wo die drei Türen sind. Ich weiß auch nicht mehr, was über der Couch für ein Graffiti war. Gas-Smokey. Allgemein, die Türmatten waren das immer schon, waren die immer schon so hier, gelb, dann gemustert und grün? Ich weiß nicht. I don't know. Ich hab doch ein Sieb im Kopf. Ich wollte jetzt, äh, ich hab doch ein... ...sagen, hier ist nüscht. Ich hab auch diese Willkommensmatten, nur die eine habe ich gesehen. Gab es nur eine Willkommensmatte, die grüne? Ne, die bei der lila Tür habe ich nur gesehen. Die grüne habe ich gesehen, das weiß ich. Ja, siehst du mal dann, deswegen spielt man das mit mehreren, weil man sich sonst nix merkt. Gut ist, wenn einer ein Geist ist, der kann dann unbehelligt rumlaufen. So, ich bin jetzt wieder im Fahrstuhl und ich würde sagen, hier ist keine Anomalie. Gut, dann glaub ich dir. Vielleicht ist es aber auch falsch. We will see. Okay, es wird nicht gemeckert. Jawohl. Aber es könnte auch bedeuten, wir haben die gesehen, aber nicht gemeldet. Könnte auch auch sein, oder? Ne, okay, das ist richtig. Ist korrekt. Oh mein Gott. So, wie ist das? Der Dings ist wieder da, der... Oh Gott, nein, das ist ne... Der ist wirklich schnell, der ist wirklich schnell. Das war's. Ich hasse den. Äh, du bist tot. 11 und 32. Oh, du bist wieder A11. Ah, du bist ein Marafi. Marafi. Manifi. Mach mal wieder der Tod. Du bist ja... Du bist ja jetzt ein... Du musst noch A4 drücken. Ach so, Entschuldigung. Ich war's. Und du bist ja diesmal ein richtiger Kick-In-Shot. Ja. Ja. Du siehst auch so ein bisschen... Guck mich noch mal an hier. Hier sind Franzose im Urlaub. Magnifique, gell? Ne, Marafi heißt du. Marafi. Marafi. Gut. Also die Zeichnung sind wirklich vier Mannequins. Eine blaue Katze. Gelber, Rund. Ich denke mal, dass das mit Drawing zu tun hatte vorhin. Oder eins von diesen bescheidenen Grafiti-Dingern. Ich glaube eher die Zeichnung. Wie steht Albert? Ja, ja, mal kommen. Smokern. Was? Es ist unser Raum, der zugegangen ist. Ach so. In den wir auch irgendwie nicht mehr reinkommen. Stand hier? Ja, er ist auf jeden Fall ein Kaktus. Ja, den abgefressenen Kaktus habe ich gesehen. Aber dieses Grafiti nicht so. Palme auf den Schrank. Ja. Und ein Rohr an der Decke. Also, drei, vier, fünf Türen gibt es hier. Okay. Willkommens, äh, das Willkommensding hier falsch rum. Den Kippen. Und hier gibt es auch vier Türen bis hierhin zum Gang. Die ist auch lila. Das wäre auch nicht aufgefallen. Wet Floor, Coffee. Grüne Matte mit Willkommen richtig rum. Karriette-Matte. Und Teppich-Matte. Gut. Haben wir uns alles gemerkt? Ich... Puch? Bei mir ist gerade irgendwas, warte mal. Oh, okay. Ich dachte gerade, es wäre abgeschmiert. Ja, da war mal den Desktop. Also, los geht's. Also, hier ist es, glaube ich, egal, ob man hoch oder runter drückt. Und davon. Mich nerven die Monster, was man sterben kann. Ja, der Kartoffelsack-Kerl. Ja, schnell. Ich höre ein matschiges Monster. Ich habe mir nicht gemerkt, ob der Vater auf dem Bild traurig guckt oder fröhlich guckt. Das habe ich auch nicht. Hast du die Fragen gegeben? Der hat fröhlich geguckt, oder? Die gucken ja alle fröhlich, außer das. Ja. Also, Anomalie. Ja, versuchen wir es. Warte. Schnell, 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 schnell. Da ist was. Ganz schnell gelaufen. Da ist ganz schnell was gelaufen. Ich habe mich gerade so erschreckt. Das war korrekt. Sehr schön. Ja. Es war korrekt, aber es war nicht der... Es war nicht der Vater. Hä? Also hat einer von uns irgendwas gefilmt, was dann doch eine Anomalie war? Das... Das ist schon möglich. Ich habe es gehört. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, das korrekt. Der Kaktus ist auch da. Oben ist die Palme. Zigaretten am Boden. Was war das? Das habe ich auch gehört. Kommen ist richtig rum. Okay. Ich sehe hier auf jeden Fall keine Anomalie. Das ist mit der Rohrleitung hier oben. War die hier auch schon? Ich weiß, dass bei der Palme eine war, aber... Da habe ich noch nie drauf beachtet. Mhm. Kommt immer noch mehr dazu, irgendwie. Ja, irgendwie nicht. Aber irgendwann hat man es, ne? Weiß ich nicht, ob man es irgendwann wirklich 100 pro sich... ...merken kann. Hatte ich schon immer... Die Dinger hier war das Rechte immer zu. Ja, halb zu. Warte, nicht bei drauf. Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt einfach mal behaupten. Keine Anomalie, aber... Ich drücke keine Anomalie. Drück mal. Das ist neuerdings irgendwie so. Und ich habe gemerkt, ich höre es jetzt auch in meiner Aufnahme. Das gefällt mir gar nicht. Dass der auf einmal hier so rumquietscht. Uah, da ist die Alte schon wieder. Und die tötet einen nicht, ne? Hat sie bei mir nicht. Gebt dir nur ein Halmherz-Effekt. Oh, ich habe ne Anomalie gefunden. Hier ist so ein Käsekästchen-Spiel auf dem Boden. Oh Gott, lauf, 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 lauf. Komm rein. Oh. Uff. Käsekästchen-Spiel. Okay, ich habe es nicht gesehen, aber du hast es gesehen. Ich habe darauf vertraut. Also alles richtig. Ich habe es gefilmt. Ich weiß nicht, wie der... Nein, nein, doch. Anomalie. Anomalie, glaube ich, oder? Müssen wir filmen, ne? Ja, guck dir doch mal die Wand an. Gib doch mal die Wand an. Film die Wand. Hab ich. Oder um an der Decke ist auch da oben an der Decke ist so ein... Smiley-Achtung, komm rein. Ich habe es mit Smiley-Face, ja. Ich hoffe, man muss immer nur eine und nicht so viel. Das ist nicht, dass es mehrere gibt. Hm. Auf welchen Sinn hat das? Dann ist die Wand jetzt einfach... Oder ist das jetzt auch eine Anomalie? Dass Rohr darunter gerissen ist? Weiß es nicht. Eigentlich. Weil eigentlich müsste... Das hier ist ja... Ist ja ein Rohr. Das war vorher nicht so. Und hier ist Blut. Ja, eben drum. Mit dem Couchkissen... Das... Also, das muss doch reichen, oder? Das soll eigentlich eine Anomalie sein. Ich denke auch. Lauf's. Das war wohl korrekt. Also, zumindest war da eine Anomalie. Der fährt zu lange, oder? Nein! Es war... Keine Anomalie. Der Raum ist rot. Das ist jetzt aber eine Anomalie. Roter Raum ist Anomalie. Muss... Weiß ich nicht. Wir drücken nach oben und fahren nach unten. Okay. Komm, wir machen ein Speedrun. Moi. Oh Gott. Wir reden und flüstern. Ich seh nix. Na, sieht gut aus. Creepy Booster. Creepy Booster. Das ist eine Anomalie. Ah... Nix mit Speedrun. Heißt Speedrun, dass man's richtig machen muss? Speedrun heißt schnell rennen. Ich hab doch das blöde. Poster 1 von diesen Halloween-Party-Poster, ne? Okay. Hilfe, ich seh nichts. Du bist gestorben. Kommst du als Geist zu mir rein? Momentan nicht, nein. Wieso höre ich dich noch? Weil ich noch da bin. Noch bin ich gestorben. Du lebst noch. Ja, die Leiste geht ja immer weiter runter. Also ich denke, du kannst mich noch wiederbeleben. Oh Gott. Wo war das denn? Links, rechts? Hier, 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 links, links, links. Nein, ah, hier, hier, hier. Ich seh mich doch. Oh, oh. Habe ich... Hä? Ich hab was versucht zu drücken, ich wusste aber nicht mal's. Ah, hier ist die Tür offen. Okay, lass mich, lass mich. Hallo? Wo hängst du hier? Oh, oh. Bist du ein Geist? Kommst du mit mir in den Fahrstuhl? Ich bin ein Geist. Okay, wir gehen in den Fahrstuhl. Ich hab eine Anomalie bekommen. Ja, ich komme, ich komme. Es ist lecker bei mir ein bisschen, wenn ich ein bisschen schneller bin. Okay. Warte, 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 warte. So, ich bin im Fahrstuhl. Okay. War da eine Anomalie? Ich weiß es nicht. Da war eine Tür offen. Ja, stimmt. Da wollte ich gerade mal reingehen. Also, ich hab einen Erste-Hilfe-Koffer irgendwo bei dir drüber gesehen. Ich hab als mögliche gedrückt, aber es ist passiert. Da war doch eine Tür. Vorsicht. Oh. Okay, ich glaube, das war unser Zeichen für Folgenende. Ah, geil. Ich muss das Discord anmachen. Ich muss Discord anmachen, okay. Ich sagte, das ist unser Zeichen für Folgenende, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Zoikum. Wir sehen uns im проектen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020